Vor der Lächtauslachzeit, da war ein Volksstamm sehr bekannt, den hörten alle weit und breit. Und diesem Volksstamm, den ich meine, das sind Majas, Wahlgesänge imitiert ein Maja. Majas einfach alle in einen Sack und mit dem Knüppel drauf, das garantiert den Richter von dem Pfad. Die, 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 der vom Leben kapazierte, die Majas. Wir sind aus dem Tag dazu, Majas. Majas, überall wohin ich guck. Majas, 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 erzähl uns von. Wenn ich an einem schönen Tag durch eine Einkaufszone gehe und dicke Boxen stehe im See, da krieg ich gleich schon so ein Hals. Denn die Indianer sind in echt nur Mexikaner, keine Rothaut, einfach nur Hispania. Maja ist einfach alle in einen Sack und mit dem Kribbel drauf und garanziert den nicht gebrochen. Die, 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 die kriegen Geld von der UNESCO. Zum Verwachtung dieses Kulturerbesen der Weikwo. Maja ist überall, wo Ewig schrumpft. Maja, Maja, Maja tragen Kaugummi-Automaten. Maja, Maja, Maja. Maja, Maja. Untertitelung des ZDF, 2020